Nehmt euch in Acht vor türkischen Eisverkäufern. Glaubt mir, die sind gefährlich. Ich hab sogar mit einer kleinen Trickshow gestartet. Bravo! Zu dem Zeitpunkt war noch alles gut. Jetzt ging's so langsam los. Er wollte mir seine Eistricks zeigen. Und die Waffel ist paar Mal zerbrochen. Ich hab schon gemerkt, oh, der wird jetzt sauer. Dann hat er mich richtig veräppelt. Ich hab gar nichts mehr gecheckt. Wollt das Eis greifen, aber wieder verfehlt. Highlight kommt gleich noch. Er meinte, komm mal probieren. Ich nichts ahnen, komm nach vorne. Mach den Mund auf, wie sich das gehört. Kommt er mit der Serviette. Zum Schluss waren wir dann wieder Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal so einen Eisverkäufer gesehen?